wir kommen zum nächsten teil ist kickel serie oder neuer sind krepp ist nicht gut ja da fahre ich mal runter bei dir ist kinder bei mir den skin ja bei mir guck mal mich an ich bin ich toll warte der mit mir nicht gespeichert joe rock jetzt zu gehen joe rock jetzt schon zu gehen also was ist mit folgen passiert ist ich habe den ofen gebaut habe hier ein computer gebaut ohne spiel sackel ist jetzt ich wollte ja eigentlich für den ich mag komische wege ich habe mich keine aber es ist das so eichen geschäftsettings und der zuckerwurst gewachsen lecky gerade und der spiel und die spiel ex-spiel hat er was stand da unten war gezeichnet und vielleicht sind gar nicht hat gar keine ich habe gar keine Fakten ich wollte die Kohle zu fatteln oder ich glaube ich habe alles in die Kohle ich habe alles in die Öfen gesteckt ich bin so undumm ich möchte ich die Kohle schmelzen ich habe so viel 1.14 gespielt 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 ich habe 3 Stunden gespielt Alter wie lange spielst du das? ich habe sogar mehr 5 Stunden weißt du warum? weil 3 Villager nicht in ein Loch reinfreut und ein Zombie oh mein Gott die Zombie habe ich 3 Stunden gebraucht und weißt du was? ich will jetzt schon spawnen in Eisenkohle tönt dann den Zombie der eigentlich schon drinnen war oder muss ich noch einen holen und dann ich gehe raus hol ein Name-Tick für ihn ich gehe wieder dahin und der Zombie ist weg weil er kein Name-Tick hatte ich kann schon sehen ich hatte viel Spaß dabei ich habe es zwar jetzt nicht gefunden aber wie war er ist da jetzt nur noch nicht noch mehr Leder ich habe immer genommen gelieb ich habe immer mir noch gelieb mehr Armen das ist ein YouTuber der so sagt der Leute, das sagt der soe Lärkisch in das Ola ein RALULA das sagt er ich würde komisch bauen dann ich sieht man ja dafür runter gerade linie da benutzt man eine facke laugen siehst du auf der karte ich habe ein bisschen kino brauchen wir fort mache ich gerade das ganze mit der altbekannte jeder sie kennt und wenn eine schaufel sind schadet jetzt ja und dann wenn er auf gewisse stößt biegt er einfach ab ja ich bin auch vor dem Kettbewerb der Konkurrenz über Sandrei das ist auch heute das Projekt Kuhle Lulee aber es ist ja nur Silber Ohr und muss ja auch sagen welches es ist sonst witzigen Zuschauer und sonst denken du bist verrückt erst kittigen K K K K K K K K K starten jetzt die erste reihe brauchen wir sind die sind gut über die machen muss sie gehen mit zwei abonnenten doch jetzt betreiben 300 abonnieren und wenn ich sagen oder auch wenn ich sage ich würde sagen aber 500 oder 6 oder 5 oder 1.000 irgendwann sicher alle die machen ist eigentlich technisch ich habe aluminium ohr gefunden aus dem galaktik ohrmord die galaktik ohrmord ja daraus kann man raketen bauen zum abstehen ich habe öl gefunden das ist das guffen das guffen 8 ich habe öl gefunden hilfe ich bagge ich habe öl gefunden h 10 h 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 jetzt go for some diamonds ich habe ein bisschen rote stein gefunden es ist jetzt die frage weil es das schlechte rücken klatsche oder irgendwas befestigte da weil du kennst ja so ist ich bin aufgrund gesammelt es ist volljährig die sicherlich geht es nicht es sind es sich nicht dafür also und du willst ja auch ganz gut einbrüllen jemanden gefunden hast ich habe wieder Oran gefunden ich nehme mal so drei vier spielzeiten nicht mein Leben so war es mir einfach nur so komische so komisches Wasser ist richtig aus der natürlichen oder ich habe eine Krankenphysik gefunden warum kommt man die Aluminiumohr schneller als Stein ab wobei die sind er hat vor Ort gefunden Prozent bei den Anwälten Prozent die geschützten Blitz vorhanden nein und auch gut gefunden wo wir es um die Witz ist bis vorhin sonst ist glaubt nicht ich glaube mir kann man quantenphysik machen also konnten computer ja genau hier könnten computer kannst du auch einen quanten gorges machen keine ahnung wissen was ein computer ist für mich ein kuh kraft die aus das ist auch hülsen deswegen finde ich untertitel sind ab mit dem sie nicht untertitel sind und baue ich immer mit einem boomerang ab ich habe ja so richtig fette die 2 und mein Axt aber auch 2 ja es hat mich nur mit einem hohen macht der Wald ich bisher noch nie benutzt es ist auch in Polen das Ende Quark sie sich in ich bin durch ein Schmerz erweckt und dann mit ihr Zeichen sie ist schon Fluss und an sie oder irgendwas gestorben nur auf die Herzen unter 7.00 Uhr abgebaut kann man auch für das ist noch weg Lava, direkt gepresst, bei Erzsicht. Noch mehr Lava! Ich schicke überall Lava, ich schicke drei Diamanten überall Lava. Ja, wenn über den Diamanten Lava ist, dann bist du ertrinken. Nein! Ich hab mehr Oragen gefunden. Scheiße, mein Oragen wurde von Lava gefressen. Ich hab Öl gefunden. Ich hab Diagrammphysik gefunden. Ich hab Saphira gefunden. Yes! Oh, da sind noch mehr Saphira. Ich hab ein Zombie gehört. Ich hab gerade Angst mit dem Lava-Stöß. Ich hab noch mehr Lava-Physik gefunden. Ich hab ein bisschen sehr viel Lava-Physik gefunden. Übrigens. Ich hab ein Auto-Jump an, weil der die ganze Zeit gesprungen ist. wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ja. Ja, schon. Ich hab' ja schon gesagt. spielett und laba mag ich nicht jetzt aber ein kopf gameplay würde ich sagen wo trainiert man seine flex und christian direkt füße sinoskop die fressen ich will noch mehr zombies auch mir war wasser er hat blaue dinge gefunden jetzt ist es jetzt nur drunter abgebaut der diamant siehst du und jetzt schief ins welt angezeigt nein ich meine sie hat das was ich hier mein drei schelette wie ich jetzt hasse heißt er fragen möchte wir spielen auch normal sie sind ja auch alle bei mir es ist weiß alles 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 es It's raining, man. Copyright, ich bin gerne hier. Yeah! Fick dich, Skelett! Hallo! Family Friendly! Family Friendly! Ich liebe dieses Spiel! Da eh nix gutes. Junge, ich kann nicht über 10 Stavira dabei! Okay, no! Wie ich spiele die Akamilie! Bei uns, vier ist sie genauso wie die Dias! Die können wir noch nicht spielen! Doch, bitte! Liebe Labe! Ach so! Das macht viel Sinn! Ich hab gehört mal, wie will sie jetzt eine Spinnfarm bauen? Nein! Nein! Heißt was ich gesagt? Eine Spinnfarm zu bauen? Eine Spinnfarm zu bauen? Das stimmt, weil die Klettern an Wände! Ah! Safari! Safari! Safari?! Und ne Musik des Kett sogar! Ist das mir wirklich toll? Was ist hier drin? Bei Waffenfreitisch in der Waffe? Also... Ich hab jetzt meinen Jeff Points angemacht, aber ich weiß, dass du jetzt, wenn ich sterbe, wo ich hingehen muss. Wo ist keine Ahnung? Ich hab da ein bisschen nahe gestorben. Ja, trotzdem ein paar Alten sind noch da. Ist das wichtig hier? Und I need to save it? Das kannst du ändern. Was? Wie eine andere Lüge machen. Falt! Das ist keine Ahnung! Oh! Die zwei haben. Das könnte ganz besser denn diese Lüge machen? Na ist das nicht? Warte! Da muss ich einfach sagen! Wie die andere Lüge machen! es ist haben sogar relativ viele items überlebt alles außerdem eine natürlich meine saphire und mein toll spitzer gesicht auch weg und jetzt auch mein schlüssel geschrott ich habe eine zweite spiel ist irgendwann wenn wir eine xp farm machen wollen warum den spinnsfarm spinnfarm ist schwer zu machen ja machst du erst der mit xp farm also ist noch reicher ist und ich brauche essen es ist so typisch wenn ich einmal sterbe ist genauso wie im fluss sterbe ich 50 mal in folge ja was ist denn für fluss passiert oder was ist denn da fluss ich will mein items holt tot ich gehe nochmal mein items holt tot draußen wahrscheinlich auch irgendwas mit monstern steht ich habe auch keine fackeln mehr mein breit ist schon auf breit gesteckt new settings ja jetzt bin ich am geist nicht schwer ich will keine solle version haben gib mir die hilfe oder du kommst nicht auf den server ja dann kommst du auch nicht auf den server doch erig wird wohl machen müssen wollte dass das zuerst mit es ist das mit ihr macht und wir haben es auch wohl machen aber als erstes das mache es sind die abliegt dann bauen wir uns auf die jahre weiß ich genau nicht sein hier kriegt der roboter das habe ich komplett vergessen die bauten jetzt muss ich rausfinden wie man überhaupt was bei dem macht ja aber erst wenn sie rausfinden wie man die programmiert so funktioniert das nicht ganz habe ich auch erst gedacht dass ich irgendwann mal reingeschaut habe sonst komme ich nur mal inzwischen folgen ist also ich mache meinen turtle weiß genau ja ich muss ja auch ein flash fressen achten wir sind doch skelette ich habe probieren gefunden ich habe schon sechs probieren so schlecht getrapt bekommen weil ich glaube nicht dass es jenks dafür aufgegeben hat so viel gesellschaft wird 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 und ein kleines ich brauche an der uhr ist aus der reihe kommt uran aus HÄÄÄH HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ und ich brauch fackeln und essen habe ich ich soll für ihr mit den drei gängen gibt sie vielleicht irgendwo so ein essens erst wo wenn wenn das abbaus kommt es raus also falls mich der moder hört das unwahrscheinlich springer mehr essen ist jetzt reist vielleicht wer leute zu gucken die leiden im mod sehr cool ich habe mich in sein account gehackt und habt ihr einfach gezogen das weiß keiner jetzt weiß es jeder scheiße und ich habe eine hohe dann kann ich meine meinen türkler mitbepowern ich glaube ich habe die ausgang gefunden irgendwo kam ich hier ja ich bin in einer höhe in einer höhe und hier ist überwiegend öl ich weiß nicht ob ich das hier alles tun soll NO ich habe mich gerade schon gefragt dass es mir schaden macht nein aber es gibt gruppe die es gibt sie genau gleich aus jemand rein springt ich glaube das funktioniert bei ähm flüssigkeiten ja ich habe den weg raus gefunden jetzt muss ich noch schnell essen finden ich habe zum glück noch fünf hühnchen in meinem ofen solcher reichen bis ich mir schweigen gefunden habe ein paar erste kommt ja auch noch aus aber mit drei eisen ja 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 ja